nein oh danke jetzt gerade leckst du auf jeden fall wieder extrem also du leckst auf jeden fall ich seh das an deiner figur ja du bei mir auch das ist nicht lägen das glitschen ein paar kurze glitschen oder glitschen auch gut ja wie man es nennt aber im vorherigen welt hat ja ja schon wieder nicht mann ich nach in mich gehen sammeln ja klar ich mich gehen sammeln und ich verkack den baum sprung ich glaube es nicht nein ja hast du dich nicht genug gesammelt ist okay jetzt schon ein krampf schön da war ein sprung habe ich schon gekackt ernsthaft also komm jetzt du hast das ja schon mal geschafft ich bin ich nur einmal schon mir gerne mal so ok ok also treppenschwung du weißt wie es geht so zum beispiel sehr gut gut jetzt springen diese blöden heiklen ecksprünge ja hast du geschafft die meinst du da ja hast du halt geschafft ja und vor boah spring doch ab du stück boah ja ja so jetzt wieder mein enemy mein endgegner ich sehe es kommen ich habe das gefühl wenn man die schifftaste in die luft drückt dann geht er gleich in die hocke und basht nach unten ist doch so da hast du sogar recht das ist doch so ok ich sehe schon einmal kommen ja wenn du die schifftaste drückt ist das sprinten weg und der fällt eigentlich fast instant runter könnte man so sagen ok geht doch meine ehren boah ich bin vom block runter gerutscht boah wofür hat man die wofür drückt man die schifftaste damit der eigentlich nicht vom block runter rutscht da war das problem wegen schnee ja ja das ist mir schon klar aber das war jetzt nur weil ich mich aufregen wollte muss das sein ja ok das hält den den blutkreislauf in wallon ok na gut das ist passiv was das auch noch bringt man friert weniger das stimmt ja das stimmt auch ja so jetzt muss ich aufhören wir haben jetzt gerade relativ unwahrscheinlich dass man friert also dann würde ich mal zum doktor gehen wenn man friert bei so einer wärme ja so ich habe wieder sechs flüge vollziehen jetzt muss ich erstmal kurz an meine dampfe ziehen hier mal schluck nehmen von der cola das war keine produktplatzierung es gibt da x verschiedene colas ja du hast ja auch nicht coca cola gesagt ne ne du hast nur cola gesagt eben und cola gibt es viele ja pepsi cola topstar cola coca cola und wie sie alle heißen bei den ganzen läden ja africola gibt es auch noch fritz cola aber wenn man so überlegt wie viel cola sorten es gibt ne spezicola wo steht es bei euch spezies ja ja mezzomix ist das bei uns ja gibt es ok stimmt ich weiß was du meinst ja also es gibt es es gibt glaube ich ne warte mal es gibt auch limonade die spezia ist tatsächlich so hier habe ich ja boning von schwab mal werbung ne das war spezicola ne ne das war mezzomix das mezzomix ok ja da war doch hier cola küsst orange oder sowas so wieso bin ich jetzt letztens mitgefahren ist das fick dich leider bin ich zu schräg gesprungen wo ist er, wo ist er, wo ist er, wo ist er wo ist er safe ja ja ich bin drüben ok juhu ich bin drüben gut gehts weiter oh gott oh gott ne oder ja ich verarschen ja oh tschüss juhu ok das war falsch wohin gehts denn jetzt war eh falsch komm ich gleich weiter Aha, okay, ich sehe schon. Aha. Ich schleiche jetzt hier ein bisschen, dann habe ich vielleicht die Chance. Ach, was ist denn? Ich kann gerade an dem Leiter dran spielen, kann man auch gar nicht, du Ruhestück, du Blödes. Wie? Wieso wird denn was gehen? Hä? Achso. So soll das gehen, alles klar. Oh, nee. Das haben die extra gemacht. Und wenn du da den Sprung verkackst, du gleich runterfällst, ganz nach unten wieder. Okay. Okay. Okay, was war das Problem? Ich habe keinen Kopf angeschlagen, ne? Aha. Super, aber wir wissen das sonst schaffen. Achso, okay, so geht's. Oh, nee, es ist ein doofer Sprung, wenn du im Instrument abspringen musst, damit du den Kopf nicht anschlägst. Ja, ich habe es wirklich verkackt, den Sprung, scheiße. Oh je, dem Sprung werde ich jetzt noch mal hängen. Oh, okay, man kann sich auch täuschen. Okay. 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 Oh, nee. Und da wird erst mal den ersten Sprung verkackt, sauber. War schon ein Rüberspringer, wie? Ja. War es gerade. Oder? Ja, ich war noch auf den Bäumen, beim ersten Sprung. Ich habe es beim ersten Mal, habe ich es beim zweiten verkackt. Was? Hä? Wie? Oh. Ja, ich wurde erst mal zurückgeportet, ich bin dreimal am Schleimblock vorbeigeflogen. Oh. Ich hätte es wahrscheinlich nur retten können, wenn ich das geschnallt hätte. Aber ich frage mich, wieso? Das ist auf einem Bug wieder. Bin ich gestorben, bin hier vorbeigeflogen, runtergefahren, dann wurde ich hochgeportet und bin hier immer näher am Schleimblock gewesen. Ein drittes Mal, was ist mir vorbei? Ah, vorbei. Ah, vorbei. Ja, war klar. Ja, jetzt heißt es erst mal wieder, diese blöde Leiter, diese Leitersprung schaffen. Nachher glaube ich, ich bin schon von dieser komischen Leiterwand da. Fick dich! Boah. Du hast doch schnell wieder oben. Was? Du hast doch schnell wieder oben, wenn du schon wieder hast. aus der Welt fallen konntest. Ja, ich war auch ziemlich weit schon. Bei der Kohle und weiß nicht, was für Blöden war ich gerade. Okay. Aber dann bin ich ein bisschen zu kurz gesprungen. Boah, zweimal den blöden Sprung verkackt und mich gleich wieder den Unterstockwerk wirft. Was? Boah. Boah. das ist eine Dauerschleife-Sendung nein, keine Dauerwerbesendung, sondern Dauerschleife ein Loop, um genau zu sein genau, die Zuschauer meinen, wir sind immer an der gleichen Stelle ich habe es geschafft, ich habe es geschafft, ja, ich habe es geschafft ok, jetzt wieder hoch, 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 hoch hier springen, so, ok Puh, das war sowas von klar, das war sowas von klar du musst genau den, genau den äußeren Slime-Block treffen sonst kommst du da nie rüber und aus dem Grund haben sie dir extra 3 hingestellt dass du dann denkst, so, ja gut, einer von denen wirst du schon treffen ja, da habe ich den Kopf angeschlagen ähm wieder wieder, ah je je ja, spring ich springe extra runter, ich glaube es doch nicht da bin ich müde, ich mache springen, die ich vorher nie gemacht habe ja, so ein spezieller Sprung, wo man eigentlich sehr schnell runterfallen kann mache ich ohne Anlauf, auch normaler Sprung ah hier springe ich da, bis jetzt ich weiß noch nicht mehr so schon wieder schon wieder gerannt ja, Basti hat gestern ziemlich Laune bei TTT ja, habe ich gehört das ist so gut das ist so gut wir waren ja gestern relativ viele sogar neun Stück oder acht ne, weiß ich gar nicht ne ne neun waren wir, ne ich hatte acht gemeint ja, kann auch acht gewesen sein neun gewesen sein neun gewesen sein, wenn alle gewesen wären ne, da wären es zehn gewesen weil der wolven hat gefehlt und der okuwas griecherbock auch da haben wir sogar elf gewesen das hieße zuerst griecherbock kam auch griecherbock ist aber ein welchen oder wolven war ein welchen so irgendwas im whatsapp wurde geschrieben ja ist auch schon da unglaublich da muss ich da hin das mit mir mit feilen wo ist denn du jetzt hin weiter durch wo wäre jetzt voll lang ich komm schon wieder da lang muss man schon wieder am kopf angeschlagen ja das kannst du tust das passiert sehr oft hier über den kopf anschlagen kannst wenn ich zu enttäuschen wenn es mal anders hier schon wieder kopf angeschlagen hier sagt er schafft er ich glaube es nicht ja oder kommst du nicht hoch jetzt so dann viel spaß mit dem slimeblock sprung mit dem bist du noch nie gekommen das ist der slimeblock hier der kommt noch ich glaube du bleibst viel zu weit was jetzt hast du slimeblock sprung ich bin jetzt mal drüber gesprungen weil ich gedacht habe ich muss zu weit springen nachher weit hinaus ich hätte ihn getroffen weil ich bin gegen die kante geflogen aber warum da unten eine leiter ist zum verwirren weil die wollen dass du jetzt da hingehst und nachher musst du wieder zurückgehen und Pech hast falls dir runter weißt du er schafft das schon wieder auf anhieb ich glaube es nicht aber weißt du was ich bin durchgesprungen jetzt so hab es auch geschafft bin komplett durchgesprungen gleich direkt ich bin durch unglaublich aber weil es an den slimeblöcken so schwer ja ich hab's gesehen ja ich hab mir ein bein gebrochen beim aufbranden weißt du was jetzt mach ich so mach mal ach man jetzt ich wollte mich zu dir gebrochen du stirbst ich glaub's ja nicht das ist euer mach mal ich weiß wie du runter gefahren bist so dann vielleicht doch mal einen geben so ich brauche mich jetzt zu dir wenn du den sprung da geschafft hast was ja ne ich den sprung da mal zum dach hoch das ist doch einfach du musst noch am Boden gucken du deinen Boden gucken das geht ja ohne sicher geht ja ohne wenn ich am Boden gucke dann spring ich immer zu spät ab echt ja weil dann denk ich so jetzt spring und dann fall ich von der Kante das ist ein Phänomenik wie keine Ahnung viel aus der Welt ja um die Ecke da aber wie ja ja das ist tatsächlich der einzige Ort du es noch nicht geschafft hab bis jetzt hier boah mein Gott ey der nicht springt die ganze Zeit da cheater das ist nur Zeitkürzung nichts anderes ja ich musste die Insel noch andere machen ich hab die Insel auch gemacht ja ich weiß ich weiß mit Punkte x mal hab ich auch gemacht alle mhm habe ich Vielen Dank.